Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, ich bin Mitglied in einer Clique. Ist wie die Mitgliedschaft in einer Gang. Ein bisschen wie eine Gang. Nur wir haben Marken. Und das bedeutet, du bist erledigt. Er sagt die Wahrheit. Ich will dich was fragen. Okay. Sehen wir wie Typen aus, die dich verhaften? Die Handschellen anlegen, dich aufs Revier bringen. Hm? Ich hab dir ne scheiß Frage gestellt. Nein. Gar nicht. Richtig. Genau. Wir erschießen dich. Ist weniger Papierkram. Ich kann einigen. Wir erschifen dich. Vielen Dank.